Was klotzt ihr denn? Ihr seid doch nur ein Haufen abgefuckter Arschlöcher. Wollt ihr wissen, wieso? Ihr habt doch nicht mal den Mut dazu, das zu tun, was ihr wollt. Kommen Sie bitte hier. Ihr braucht doch Typen wie mich. Ihr braucht Typen wie mich, damit ihr mit eurem vollgeschissenen Finger auf mich zeigt, und sagt, das ist der Bösewichter. Und? Was seid ihr denn dadurch? Gut? Ihr seid nicht gut. Ihr wisst nur, wie ihr euch versteckt. Und wie ihr leben könnt. Aber ich? Ich hab so ein Problem nicht. Denn ich sag immer die Wahrheit. Ja, wenn ich lüge. Also, verabschiedet euch von dem Bösewicht. Macht schon. Und es ist das letzte Mal, dass ihr einen so miesen Kerl seht wie diesen, das sag ich euch. Weg hier. Macht Platz für die Bösewicht. Ein Schock kommt überall durch. Gebt mir lieber aus dem Weg. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018